Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schau! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt alle alleine rausgesaugt Ach! Radioaktives Material entfernt! Radioaktives Material entfernt! Radioaktives Material entfernt! Radioaktives Material entfernt! So, dann ruhen wir uns doch mal ganz kurz hier noch mal eine kleine Erfrischung Und wo ist denn der letzte? Da oben! Okay! Radioaktives Material entfernt! So, dann ruhen wir uns doch mal! Okay! So, dann ruhen wir uns doch mal! Radioaktives Material entfernt! Radioaktives Material entfernt! Radioaktive 스트리너 entfernt! So, dann ruhen wir uns doch mal an! Okay. Ich sehe massive Schäden. Du musst dir also eventuell einen anderen Weg suchen, um hinzukommen. Das ist ganz super. So, das kriegt bestimmt nicht raus, wie das verkält ist. Oh shit. Ach der Scheiße. Diese Infektion stellt irgendwas seltsames mit den Soldaten an. Sie alle hatten Ausrüstungen mit eingebauter Staseeinheit. Und die Infektion scheint die Stase mit dem Fleisch verschmelzen zu lassen. Wodurch sie schneller werden. Verdammt schnell. Also Vorsicht. Na, das ist ja klasse. Das ist ja ganz klasse. Super. Nicht, dass das eh schon stressig genug ist. Irgendwie sind die auch noch super schnell. Ich bin da hinten, oder? Ich bin einfach da hinten. Ach, Alter. Tja, verrück'n wir auch los wie die Normalen. Schöne große Fresse. Er hat bestimmt schon apokalyptisch auf den Arsch bekommen hier, ey. Okay. Bitte? Oh shit. Oh shit. Isaac. Ich peile ihren Standort an, aber offenbar kann ich sie nicht erreichen. Dieses verdammte Schiff wurde fast in zwei Hälften gerissen. Ich habe es auf die Brücke geschafft. Es ist schritte hier. Diese armen Schweine hatten nicht die Spur einer Chance. Ich werde alle Türschlösser deaktivieren, damit sie zum Maschinenraum durchkommen. Wir sehen uns dann dort. Ey, man hält wirklich die Luft dabei an, ist, kann nicht wahr sein. Ich liebe Videospiele. So, warum ist denn der jetzt bitte fliegen? Ich muss mit Ihnen reden, mein Name ist Terence Kine, Dr. Kine. Hören Sie, wir haben nicht viel Zeit. Wenn Sie das Shuttle wirklich reparieren können, dann gibt es eine bessere Verwendung dafür, als zu flüchten. Sie müssen verstehen, die Kräfte, die hier am Werke sind, sind gewaltiger, als Sie es sich vorstellen können. Wenn Sie jetzt weggehen, dann verurteilen Sie die ganze Menschheit zum Tode. Der Planet wird niemals innehalten, es sei denn, der Mark habe zurückgebracht. Verstehen Sie denn nicht? Die Kirche hat Unrecht! Das ist alles eine Falle! Ich habe es gesehen! Sie müssen mir helfen! Oh, fuck! Oh, die Arme! Sau, Alter! Ich kann doch nicht mal erlösen, ey! Dead Space ist ein grausames Spiel! Nein, lass mich! Ich kann doch gar nicht, wor Krishna市�� fliegt! thought she was heißt! Wir haben Feinde an Bord. Das ist keine Übung. Feinde sind außerirdischen Ursprung. Wiederholen, außerirdisch und extrem gefährlich an alle Crewmitglieder. Waffen bereit halten und nachher werden sie schießen. Oh Mann, nein. Man kann es ja auch übertreiben. Man kann es ja auch wirklich übertreiben. Hier gibt es nichts mehr. Hier gibt es nichts mehr. Oh oh. Okay. Man kann es ja erstellen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.